Ich bin jetzt seit über einem Monat im Dschungel, Ben. Es würde dir hier gefallen. Der Dschungel, er verändert dich. Du magst doch Veränderungen, oder? Held, Schurke, solche Worte haben mir keine Bedeutung. Im Herzen der Finsternis. Hey, Kumpel, was machst du denn da drin? Lies doch das Schild. Das steht außer Betrieb. Oh Mann, da ist es. Beeilt euch, wie toll, dass wir Karten für Adrena World West ergattert haben. Wie bekommen wir überhaupt Post in der Rostbeule? Was ist das denn? Hey, danke. Viel wichtiger ist, wieso stehen wir hier beim Kongo-A-Go-Go an? Was? Das habt ihr immer gemocht? Ja, als wir vier waren. Ben hat recht, das ist mehr was für Babys. Das Kongo-A-Go-Go ist nichts für Babys. Das ist ein episches Abenteuer mit Dschungel-Action. Seht nur die gruseligen Voodoo-Puppen. Ein Wächsendoktor nimmt deine Haarsträhne von dir, deine Augen leuchten lila und du wirst zu einer Marionette seiner bösen Herrschaft. Opa Max! Puppen sind nicht cool, das Kongo-A-Go-Go ist nicht cool. Weißt du, was cool ist? Die Explosionbahn! Wow! Mein Gehirn wird durchgeschüttelt! Hey, ich hab eine Idee. Du bleibst hier und Gwen und ich nehmen nur die Fahrten, die Spaß machen. Heute nicht. Heute hält Team Tennissen den ganzen Tag zusammen. Hey, wir sind dran. Team Tennissen! Da drüben seht ihr die wilden Amazonas-Kokodile. Wisst ihr, was jeder Abenteurer über sie sagt? Sie haben richtig Biss. Richtig Biss. Gefährlich sind hier nur die lahmen Sprüche. Wow, was ist das? Superstarke Spaßzone? Ich mag Spaß! Ich weiß schon gar nicht mehr, was Spaß ist. Schaut mal, Kinder. Das sind unsere berühmten tanzenden Affen. Sie machen den Orang-U-Tango. Das Wortspiel ist noch nicht mal lustig. Hey, Ben! Was soll das werden? Ich hab mein geheimes Tourboot. Und mein Tourboot fährt auf dem streng geheimen Spaßfluss. Was? Lass mich hier nicht allein. Tut mir leid, Cousine. Das Gesetz des Dschungels. Hier überleben nur die Spaßigsten. Ein Robo-Panther? Nicht schlecht, Kongo-A-Go-Go. Aber Explosionen kannst du damit nicht das Wasser reichen. Äh, das war cool. Auf eine unheimliche Art. Au! Das sind überraschend gute Tricks. Böses Kätzchen! Oh, äh, braves Kätzchen. Friss mich nicht. Ich schmecke furchtbar. Au! Hey! Das ist aber kein super starker Spaß. Das sehe ich anders. Erst ein Robo-Panther, dann greift ein Vogel an. Die sollten das Konzept gründlich überdenken. Diese Fahrt ist... Aaaaaaah! 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 Abonnieren! Yeah! YN Islamic Ernest